St. Paul vor den Mauern ist eine der Papstbasiliken von Rom. Sie liegt zwischen der heutigen Via aus dem See und dem Tiber. Seit dem Abschluss der Lateranverträge ist sie eine exterritoriale Besitzung des Heiligen Stuhls und eine der sieben Pilgerkirchen von Rom. Die erste Paulus-Basilika wurde im Auftrag von Kaiser Konstantin über dem vermeintlichen Grab des Apostels Paulus errichtet. Vermutlich 324 geweiht und bereits 386 erheblich vergrößert, seit der Zeit Papst Gregors des Großen besteht in St. Paul eine Benediktinerabtei. Geschichte Der Name leitet sich von ihrem Standort außerhalb der noch erhaltenen antiken aurelianischen Stadtmauer ab. Der Apostel Paulus war als römischer Bürger angeblich um 67 n. Chr. außerhalb der Stadt enthauptet worden. Diesen Ort benannte die Überlieferung einst et aquas salvia genannt, heute Tere Fontane. Der Leichnam des Apostels war darauf offenbar weiter statt einwärts an der Via aus Diensee in einer römischen Nekropole beigesetzt worden. Diese einzige noch intakte antike Großkirche Roms wurde durch ein Feuer in der Nacht vom 15. zum 16. Juli 1823 stark beschädigt. Der Architekt des Wiederaufbaus, Luigi Poletti, ließ zudem noch relativ gut erhaltene Teile des Mittel- und der Seitenschiffes sowie den unbeschädigten Glockenturm abreißen. Papst Leo XII. bat in einem Rundschreiben vom 15. Januar 1825 alle Bischöfe um Spenden der Gläubigen für den Wiederaufbau der Basilika. In der Basilika eröffnete Papst Benedikt XVI. am 28. Juni 2008 gemeinsam mit dem ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel Bartholomeosi. Das Paulusjahr zum Gedenken an das 2000. Geburtsjahr des Apostels. Aus diesem Anlass wurden die Füllungen der Türen des linken Portals mit Bronze-Iliefs neu gestaltet. Architektur Die heutige Basilika, die nach einem Entwurf von Luigi Poletti entstanden ist, hält sich in den Dimensionen an das Vorbild der alten Kirche und wurde 1854 von Papst Pius IX. eingeweiht. Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde nach einem Entwurf von G. Calderini vor der Hauptfassade eine viereckige Säulenhalle gebaut, in deren Mitte eine Statue des Apostels Paulus von G. Obizi steht. Die Fassade der Basilika wird von einem Mosaik geschmückt, das aus der Werkstatt des Vatikans stammt. In der Vorhalle befindet sich rechts die Porta Sancta. Der Innenraum lässt trotz reicher Marmor- und Alabasterarbeiten die Feinheit der ursprünglichen Ausstattung vermissen. Beim Neubau wurde beispielsweise die Kannelehrung der Säulen unterlassen. Dennoch spiegelt der Säulenwald, der die Basilika in fünf Schiffe unterteilt. Die ursprüngliche Raumwirkung wieder und lässt damit auch die Wirkung der ähnlich dimensionierten und konstruierten Basilika Ulpia auf dem Trajansforum erahnen. Das Ziburium, das sich über dem Apostelgrab erhebt, stammt aus dem 13. Jahrhundert von der Hand des Arnolfo di Cambio. Auf dem Hauptaltar darunter, unter dem sich der 1600 Jahre alte Sarkophag des Apostels Paulus befindet, feiert, wie auch im Petersdom, traditionell erweise nur der Papst die Messe. Das Grab wurde erst seit 2003 nach über 150 Jahren weiteren Untersuchungen unterzogen. Darüber steht der Triumphbogen, der ein Geschenk der Kaiserin Gala Placidia aus dem 5. Jahrhundert ist. Der Bogen, der Baldachin und die Absis mit den Mosaiken aus dem 13. Jahrhundert sind die einzigen Ausstattungsstücke aus alter Zeit. Die Fenster aus ägyptischem Alabaster sind ein Geschenk des Vizekönigs Mohammed Ali aus Ägypten und die Malachit-Altäre im Querschiff stiftete Zar Nikolaussi. Über den Säulen zieht sich ein langes Band von 265 Medaillons mit den Porträts der Päpste hin. Die Porträts von Päpsten vor dem 16. Jahrhundert sind Fantasiedarstellungen. Erst seit dem 16. Jahrhundert bilden realistische Porträts die Vorlage. Einer Legende nach kommt Christus wieder, wenn kein Platz mehr für ein weiteres Medaillon vorhanden ist. Es wurden jedoch mittlerweile 25 weitere Plätze angelegt, als unter Johannes Paul II. nur noch drei freie Stellen vorhanden waren. Noch sind also 26 Plätze vorhanden. Orgel Die Orgel im linken Querhaus hat eine komplizierte und kuriose Entstehungsgeschichte. Sie ist eine von zwei symmetrischen Orgeln, die in der Hauptkirche San Giovanni in Leitrano standen. Die linke wurde in den Jahren 1843 bis 1845 erbaut. Die rechte, vermutlich eine Arbeit aus der berühmten Orgelbauerwerkstatt Serassi, wurde vom Domkapitel des Lateran 1857 erworben, anlässlich eines Umbaus der Laterankirche unter Papst Leo XIII. Wurde letztere im Jahr 1887 nach St. Paul vor den Mauern übertragen, was nicht sehr schwierig war, weil das Werk auf Holzrädern stand. Als in der Kirche Santa Maria de Giangeli e Dai Martiri für die Trauung von Victor Emmanuel III mit Elena von Montenegro am 24. Oktober 1896 Keine als genügend erachtete Orgel zur Verfügung stand, rollte die Orgel von Uxen gezogen dorthin und kehrte wieder nach St. Paul vor den Mauern zurück. Seine heutige spätromantische Disposition erhielt das Instrument anlässlich seines Umzugs 1887. Es hatte eine pneumatische Spiel- und Registertraktur und drei Werke, Grand Organo und Espressivo, die jeweils von einem Manual bedient wurden, und ein Pedalwerk mit insgesamt 36 Registern. 1995 wurde die Orgel einer umfassenden Restaurierung unterzogen und die pneumatische durch eine elektrische Traktur ersetzt. Die Disposition der Register blieb unverändert. Koppeln II 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 P II P. Paulus Grab Am 6. Dezember 2006 gaben vatikanische Archäologen bekannt, dass sie das Grab des Apostel Paulus entdeckt hätten. Die Grabungsarbeiten, die zu dieser Entdeckung geführt haben, wurden im Zeitraum von 2002 bis September 2006 durchgeführt. Der altrömische Sarkophag wurde exakt unter dem Epitaph Paolo Apostolomat an der Basis des Hauptaltars der Basilika gefunden. Ob in dem Sarkophag allerdings wirklich Paulus liegt, bleibt eine Glaubensfrage, da ein wissenschaftlicher Beweis, dass es sich um den Apostel handelt, nicht möglich ist, Abtei. Schon unter Papst Gregor I., dem Großen, befanden sich in der Nähe der alten Basilika ein Männer- und ein Frauenkloster. Gottesdienste wurden von einem vom Papst eingesetzten Klerikerverband gehalten. Da die beiden Klöster und die Basilika im Laufe der Zeit verfielen, erneuerte Papst Gregor II. Im Jahr 720 d. K. Sekunden Männerkloster und betraute die Mönche mit der Erhaltung der Basilika. Als 937 Udo von Cluny Rom besuchte, übergab der Patrizia Aberrico II. Das Kloster und die Verantwortung über die Basilika dem Cluny-Azensischen Klosterverbund. Der Säulengang des Klosters wurde zwischen 1205 und 1241 von Pietro Vassaletto errichtet und ist mit seinen Marmor in Tarsien einer der kunstvollsten. Des Abendlandes, der ehemalige Abt des Klosters Giovanni Franzoni, nahm auch am Zweiten Vatikanischen Konzil teil. Die Abtei war von 1425 bis März 2005 eine Territorialabtei, wurde aber unter dem Pontifikat von Johannes Paul II. in eine normale Abtei umgewandelt. Papst Benedikt XVI. präzisierte in seinem Motu Proprio die altehrwürdige Basilika, den neuen Status der Abtei, die Jurisdiktion des Abts von Sankt. Paul beschränkt sich demnach nur noch auf das Kloster selbst. Die Basilika untersteht jetzt, wie die anderen Patriarchal-Basiliken, auch einem Erzpriester. Bis dahin war diese Aufgabe einem päpstlichen Administrator übertragen, zuletzt Erzbischof Francesco Gioia. Erzpriester ist seit 2012 Kardinal James Michael Havi. Die liturgischen Funktionen des Abtes in der Basilika blieben jedoch undang getastet. Äbte 1050 – 1073 Hilde Brando di Soana – 1193 Giovanni di San Paolo OSB – 1743 Fortunato Tamburini – 1858 bis 1867 Angelo Pescatelli – 1867 bis 1895 Leopoldo Celiacobusi – 1895 bis 1980. Bonifazio Osländer – 1904 bis 1918 Giovanni del Papa – 1918 bis 1929 Alfredo Hilde von So Schuster – 1929 bis 1955 Hilde Brando Vannucci – 1955 bis 1964 Cesario de Amato – 1964 bis 1973 Giovanni Battista Frenzoni – 1903. 1973 bis 1980 Cedes Vakans – 1980 bis 1988 Giuseppe Nade – 1988 bis 1996 Luca Colino – 1997 bis 2005 Paolo Lunadon – 2005 bis 2015 Edmund Paua – Roberto Dotta – seit 2015 Erzpriester 2005 bis 2009 Andrea Cardinal Cordro Lanza di Monta. 2009 bis 2012 Francesco Montesimolo – 2009 bis 2012 Francesco Cardinal Monterezi – seit 2012 James Michael Cardinal Havi – Bildergalerie. Punkt 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 Lage Die Basilika liegt an der Via Ostiensee etwa zwei Kilometer südlich der Porta San Paolo. Sie ist über die Station Basilica San Paolo der Linie B zu erreichen. Punkt 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 Punkt